Ja, und jetzt sind wir wieder bei einem neuen Part von Donkey Kong. Wir haben jetzt genau da Schluss gemacht, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ist ja ganz klar. Wir müssen wieder den N-Buchstaben wieder mit diesem kleinen Sprung hier wiederholen. Bei den Steinen, die ganz schnell abkühlen können. Oh, das war ein Fehler! Und die ist wieder tot. Toll. Aber ich brauche kein D-D. Ich brauche kein D-D hier. Ja, okay, das war jetzt okay. Da rege ich mich nicht auf. Zack! Da, da! Nein! Ach, Mann. Die Leben fliegen umher. Und das Arschloch will immer noch sagen, ey, komm, benutze doch den Super Kong. Dann seht die Welt, dass du keinen Skill hast. Der ist doch der Beste auf der Welt und lässt dich als einen völligen Müt darstellen, dieser Super Kong. Der hilft dir aber nur. Ja, ja. Scheiß Schwein. Nein, ich muss da runter. Ach, die Welt... Ich sag mal so, die Welt vom Design ist... ist krass. Die ist einfach nur übel. Also, das Design dieser Welt, das gefällt mir richtig krass. So, aber es ist sauschwer. Und außerdem, wenn man mal bedenkt, das Spiel ist ab Null. Es ist ab Null. Und es ist selbst für mich schon schwer. Und ich bin 22. Das musst du dir mal reinziehen. Das Spiel ist... Ich sag's immer wieder. Das Spiel ist ab Null. Und du musst hier so krass kämpfen, dass du das hier schaffst. Yeah. Ich sag's doch mal, Didi ist alles einfacher. Ich sag's immer wieder. Didi ist unser Joker. Und wie viele fehlen mir? Zwei, glaub ich. Zwei. Sag ich doch. Tja. Aber wie gesagt, ich wundere mich immer wieder, wie das Spiel hier... Äh... Ja, so... Sechsjährige spielen können. Oder so Neunjährige. Wie schaffen es Neunjährige, dieses Spiel hier zu spielen? Und dann auch besser zu spielen als ich manchmal. Also... Hm. Was mir auch mal aufgefallen ist... Du... Als wenn du ganz clean bist... Dann spielst du die Sachen viel schneller durch... Als so... Damals. Also seit heute so finde ich das. Zum Beispiel damals, als ich Super Mario Sunshine das erste Mal gespielt habe, bin ich so voll schnell durchgekommen. Jetzt... Kopiere ich bei den einfachsten Stellen. War ich das Gott gewesen? Nee. Ach, da hätte ich den jetzt fast benutzen sollen. Scheiße. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also... Ähm... Bei mir ist es zumindest so. Und der Rikon ist natürlich dort. Klasse. Also ich weiß gerade nicht, was los ist, aber ich glaube, ich kriege gerade... Ich habe vergessen, mich kurz bevor der Aufnahme anfängt... Aber ich vergesse mich bei... Äh... Und zwar... Ich heiße Spendem auch genauso wie halt... Äh... Voll einfallsreich. Und... Äh... Wir können einfach mal eine Runde zocken. Also ich bin jetzt nicht der... Was? Äh... Ich habe gerade gar nicht gesehen. Ich bin nicht der beste Neuespieler. Ich versuche aber so gut, wie es geht, halt zu zocken. Also ich gebe mir richtig Mühe, halt auch... Äh... Wenn jetzt zum Beispiel das Team sagt... Nee, das schaffen wir nicht. Und so. Und bin ich einer, der trotzdem sagt... Komm, nee... Das schaffen wir. Und... Egal was ist... Das schaffen wir irgendwie. Wirst du schon sehen und so. Ich bin einer, der halt wirklich das... Äh... Für das... Ja, für das Team dann halt einsteht und so. Ja. Boah, das hätte eigentlich mich verbrennen müssen. Und darum ist der Buchstabe... Also wie gesagt, wenn ihr mich einwollt... Einfach unter... Bei LOL einfach Spendem eingeben. Und dann müsstet ihr mich eigentlich finden. Würde mich freuen, wenn wir mal so eine Runde zocken könnten. Jetzt muss ich wieder aufpassen, weil der... Warte mal. Und... Oh, nee. Oh, scheiße. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Ah, guckt man einmal ganz kurz, wie spät wir es haben. Wegen der Aufnahme. Und dann stirbt man. Und das vor kurz vorm Checkpoint. Oh, nee. Oder? Das kurz vorm Checkpoint. Oh, das ist mies. Entweder ist es wirklich die Musik oder ist es LOL die ganze Zeit. Das ist dumm, 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 dumm. Ich glaube, das ist... Also, ich hoffe, das ist gerade nicht das Spiel. Das verwirrt gerade ein bisschen. Ey, ich kurz vorm Checkpoint sterbe ich, ey. Oh, nee. Oh, nee. Das ist zum... Oh, das war fies. Das war echt mies. Aber ich muss immer wieder sagen, ich bin von der... Wirklich von dem... Dings... Äh, von dem Design der... Der Welt richtig so gefesselt. Weil erst mal der Hintergrund ist geil. Der Hintergrund ist einfach nur bombastisch. Dann hier auch die... Die Feinde und so alles andere, was mir hier so kommt. Also ehrlich, ich bin wirklich sehr geflasht davon. So, jetzt muss ich mich beeilen. Wenn ich dann gleich sterben werde. So. Wann mal. Da komme ich nicht ran. Am besten wäre es eigentlich jetzt gewesen, wenn ich jetzt erstmal speichern würde. Oh, nö. Komm. Achso, hier ist... Da fährt mich gleich hoch. Oh, nee. Das ist sowas. Aufpassen. Und die letzten beiden. Das habe ich doch geschafft. Und komm her. JAHUHU. Das nächste Puzzleteil. Es gehört mir. Yeah. JAHUHU. So, du scheiß Schwein. Ich habe es ohne deinem Super Kong geschafft. Der Erstaunste war. Und Feuer. Und wieder so ein komisches... Warte mal, jetzt muss ich aufpassen. Oh nein. Puzzle. Puzzle. Ey. Ey. Es ist ja so. Die Puzzleteile werden gespeichert. Also ist mir das egal, ob ich sterbe. Und ob ich die, die verliere. Wie ihr sagt, Hauptsache wir haben das Puzzleteil, oder? Oh Gott. Was zum... Riesensteine. Und wir haben es nicht geschafft. Wir haben das Kong. Da wäre noch ein Puzzleteil gewesen, wenn ich mich einer eingesammelt hätte. Das wäre nämlich das letzte gewesen. Nein. Nein. Oh nein, verdammt. Oh nein, verdammt. Oh nein, verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wann bin ich ja nicht da? Wann bin ich endlich da? Jetzt bin ich tot. Noch nicht. Haha. Ausgetrickst. Sind wir nicht da? Wir sind da. Ja, ja. Es geht weiter. Ja, ja, ja. 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 Ich freu mich. Wir haben es geschafft. Ein Puzzleteil. Oh nein. Ein Puzzleteil hat gefehlt. Ah, das ist mies. Wenn ein Puzzleteil mal fehlt, ist das immer das blödeste überhaupt. So, was jetzt? Glutrote Gezeiten. Das ist das. Das ist die Welt, die mich zum Kotzen bringen wird. Das weiß ich jetzt schon. Weil die ist sowas von assi. Oh Gott. Okay. Hals und Beinbruch. Ich glaube, ich würde erst den... Oh Gott. Hals und Beinbruch. Wer hat sich dieses Spruch eigentlich ausgedacht? Ja, das ist das Ding. Danke, dass du ein bisschen zu spät kommst, so scheiß Ding. Oh, das wird so scheiße. Besonders das Ende. Wo ist die Platte? Da ist die Platte. Da ist es. Der Buchstabe. Voll fies gemacht. Und tot. Ist das fies. Das ist so fies. Ich weiß gar nicht. Ah, ne. Ich muss rüberjumpen. Ich muss rüberrollen. Ey, du weißt du, sowas fällt mir mal voll spät ein. Wenn ich schon fünfmal gestorben bin. Halt rüber und rüber geschafft. Haha. Hat gar nicht lange gedauert. Dafür sterbe ich gleich ein paar Schritte weiter. Wie gesagt, Leute. Ich mach das nicht mit Absicht. Wirklich nicht. Es ist nur so. Wisst ihr ja selber. Wenn die Kamera angeht, ist das immer blöder. Spielt man irgendwie immer bescheuerter? Oder man ist einfach bescheuert. So, jetzt bin ich mal gut gespannt, ob das Ding runterfällt. Ich glaube eher nicht. Ne, sieht nicht so aus, oder? Ne, es fällt nicht runter. Okay, hätte ich warten können. Ähm. Donkey Kong, du warst an der Kante dran. Genauso was gleiches wie bei einem meiner letzten Mario Sunshine Parts. die Kante. Er rutscht über eine kleine Mini-Kante, rutscht er rüber und fällt ab. Oder hält sich nicht fest und stirbt einfach. So, so. Und zahlt dicht! Pfff, pfff. Drei Kopfschüsse. Mann! Drei Kopfschüsse. Einfach mal in meinen Kopf reinjagen. So, ich springe jetzt nicht. Ich warte, ich gucke mir die ganze Scheiße jetzt hier an. Der geht hoch. Puff. Der geht hoch. Puff. Und der müsste klappen. Hat auch funktioniert. Na endlich. Du runter. Du weg. Und komm hoch. Komm hoch, bitte. Komm hoch, da ist der Safe Point. Und wunderbar. Weg. Oh nein. Nein! Jetzt geht's los. Nein, 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 nein. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich hab nur Angst. Oh, die letzte Sekunde. Kommt das Ding hochgeschossen. Zack, hoch. Und rüber. Hoben bin ich. Rüber. Zack. Du, geh auf. Geh auf. Geh auf. Spreng auf. Gut, danke. Ah, ne. Puzzeteil ist mir grad ein bisschen zu. Mir geht's eigentlich nur darum. Ah, nein, nein. Da ist das O. Ey, da ist erst das O. Und geschafft. Wann krieg ich eigentlich ein Herz? Ich brauch ein Herz. Nein, geh nicht zu. Was? Ich bin durchgekommen. Oh. 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 Geh auf. Geh. Machst du. Bitte. Letzten Sieg. Bitte. Hallo. Danke. Ich bin eigentlich durch dieses Mittel... Genau durchgekommen. Donkey Kong hat da genau reingepasst. Na klar. Na, da ist natürlich ein... Weil der liebe Donkey Kong wieder mal nicht gesprungen ist. Und genau diese Sache ist das Schlimmste, was es hier in diesem Spiel gibt, finde ich. Das ist zum Kotzen hier. Und das Coole ist, manchmal springt Donkey Kong überhaupt nicht und denkt dann sich, ach nee, ich prall mal anders vom Gegner ab. Mal jetzt nicht so super mega tollen Jump, sondern, nee, ich mach mal so ein... Sieh... Oh Gott, der hat's geschafft. Sieht ihr? Manchmal macht er diesen Einzel-Bouncer da, diesen Mini-Bouncer, dann macht er irgendwann so einen, ja, wie kann man das sagen, so einen geilen Jump. Oh ja, komm, ich bin rüber gesprungen. Lass mich in Ruhe. Ich bin sowieso gleich tot. Doch nicht. Geht weg. Die schlimme Stimme-Stelle kommt ja noch, jetzt gleich. Wo wir auf zwei Dinger raufjumpen müssen. Wann mal. Aber die kommen auch aufs Nichts auf einmal. Wo wir gleich auf die raufspringen müssen. So, zack, jetzt kommt die Scheiß-Stelle. Nee, jetzt kommt das hier. Ich glaub, wenn wir warten, kommen wir eigentlich dann nochmal so rüber. Und zack, und gezackt. Oh, cool, der hat's gleich beim ersten Mal geschafft. Oh, ich glaub's. Glaub's ja nicht. So, jetzt kommt die Scheiße. Nee, Puzzletail ignoriere ich jetzt einfach mal. Fahr bitte wieder aus. Fahr wieder aus. Fahr wieder aus. Fahr wieder aus. Lava kommt nämlich nach unten. Und ich mag keine Lava. Und wir haben's geschafft. Jetzt macht natürlich Dokiko noch alles andere kaputt. Nein! Der Buchstabe! Komm. Danke. Darauf hab ich jetzt grad nur gewartet. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Ich hab's eigentlich geschafft. Aber, ich hab zu spät den Buchstaben gesehen. Und wie ihr wisst, ich will Buchstaben haben. Und, oh! In der nächsten Folge werden wir sehen, ob ich das schaffe hier. Ihr wisst ja, ich mach ja mal pünktlich Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und ich hoffe, es hat euch wieder sehr viel Spaß gemacht. Tschüss! Haut ihr rein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!